Willkommen zurück hier bei der Bravo Supershow 2008 am roten Teppich. Alle Künstler und Stars sind eingetroffen, bis auf einen. Er ist das heißeste, was Hollywood zu bieten hat. Ich freue mich auf Wentworth Miller. Hi Miriam, nice to meet you. How was your trip? How are you? What was that? How was your trip? How are you? I'm fine. How are you? I'm fine, thank you. Es geht ihm gut in jedem Fall. Rittenberg ist ein huge success in Germany. How do you cope with the success and especially how do you cope with the fact that women go crazy about you? You know, it's always nice to meet the fans. They're why we do what we do. They're the most important part of this whole process. Er sagt, es ist immer toll, die Fans zu treffen und so ein Feedback zu bekommen. Das gehört einfach dazu, zu dem ganzen Prozess. Before Prison Break, you worked successfully as an actor. Do you have a secret, how to become huge in Hollywood? Discipline, patience, endurance and always believing in yourself. Also, das Geheimnis, um erfolgreich zu sein in Hollywood, Disziplin, Geduld, Discipline, patience and endurance, Ausdauer. Das ist spannend. In ein paar Wochen geht's also los mit Prison Break, der nächsten Staffel. Und da gibt es eine Wiedervereinigung mit Michael und mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Wir fangen uns jetzt erst mal an, was Wentworth's Wissler schon gemacht hat. Wentworth Miller, der Shooting Star mit dem heißen Body aus dem US-Serien-Hit Prison Break. Der spielt Michael Schofield, einen Typen, der sich freiwillig ins Gefängnis stecken lässt, um seinen Bruder zu befreien. Action und Spannung ist vorprogrammiert. Der 35-jährige Amerikaner zieht mit seinem Sexappeal und Charme in mehr als 10 Ländern Millionen von Zuschauern vor die Fernseher. Wentworth wurde jüngst sogar als bester Hauptdarsteller mit dem Golden Globe aufgezeichnet. Kein Wunder, dass auch Pop-Dieber Mariah Carey den Bo gleich für zwei Videos als Darsteller engagiert ist. Du kannst immer auf nichts sehen. Wentworth Miller, ein Shooting Star zum Verlieben. Wentworth, you're nominated in the Category Shooting Star. We're expecting a great show. Good luck and enjoy being here. Thank you so much. Thank you. Vielen Dank. Wentworth Miller. Und der Gewinner ist... ...den Goldenen Osman bekommen. Ich hol' dich da raus, ich weiß, die Zeit ist ein Stück zu stehen. Ich hol' dich da raus, ich glaub' an dich, so wie du an mich glaubst. Ich hol' dich da raus, du kannst immer auf mich zählen. Ich zähle, ich zähle, ich zähle. Halt' mir doch auf, ich weiß, die Zeit ist ein Stück zu stehen. Doch schon bald werden wir in den Golden Globe aufgezeichnet. Guten Tag. Guten Tag. Wow. Danke. 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 Which means a lot, I want to say danke to everyone who works at Bravo, especially the editorial staff, everyone who reads Bravo, and all the fans of Prison Break out there. Thank you so much. Wentworth Miller, hey, congratulations. Wentworth Miller, shooting star. So I heard you already had time to see Germany, yes? The last days. Where have you been and how was it? Just Munich and Nuremberg so far. I'm having a wonderful time. That's great. So you will come back soon, right? I hope so. If you'll have me. We would love to. So one second. Thank you so much. Wentworth Miller, Albert, thank you. Who wants to have it? Falls ihr euch jetzt fragt, viele Fans vielleicht... Wie ver...